Wo bin ich überhaupt? Okay, gehen wir mal rein da und gucken mal. Okay, gehen wir mal rein, dann gehen wir mal rein. Alter, ist noch? Scheiße, Mann. Dead. Ist irgendwo zu... Bisschen Kram hintergehen zu werden. Tiere. Täällpapapapapap. Täällpapapapap. Ich finde das Versteck, so jetzt bin ich schon mal im Versteck Sei vorsichtig beim Einschalten Jetzt grillen wir uns Ach Boomer, du bist aber auch, ey Sowas von programmiert Ich bin schon mal im Versteck 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 Wow, wie das aussieht Klasse Klasse Jetzt haben wir also im rückwärtigen Raum noch jetzt schon alles fertig Bisschen, zwei Punkte sind hier noch Das ist aber auch nicht gesäubert, wenn der in den Weiß ist Da ist auf jeden Fall noch ein Silo Und diesen Silo werden wir jetzt erstmal noch zerlegen Bisschen 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 Ey Klumpenhändler, ich grüße dich. Willkommen. So, da ist er. Schneller. Und, Peng. Komm, schnell, 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 schnell weg. Jetzt ist das Ding auch blau. Erntetruck. 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 Erntruck. 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 Ich muss mir das anhören. Das ist aber doch nicht mein Truck, ne? Okay, ich frage mich, wo die mir herkommen. Fall in the face. Speisbrander benötigt? Hab ich die nicht irgendwo gelesen? Was ist denn hier, ne? Was soll ich jetzt mit dem Truck machen? Wo sollen die Dinger denn hingebracht werden? Okay. Wohin? Muss ich die einfach nur befreien? Cool gun. Achso, das war's jetzt, ja? Oh, was ist da hinten los? Okay, ein Bär. Den muss ich jetzt rausholen, oder wie? Du hast die Kastanien aus dem Feuer geholt. Ich bekam ein Video von John, in dem es hieß, ich wäre gezeichnet. Seitdem bin ich auf der Flucht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er... Ja, ist das eine Frage der Zeit? Okay, so. Jetzt gehen wir mal da hin, gehen wir ein bisschen am Fluss entlang, machen diesen einen Punkt. Wo zeigt der Pfeil jetzt hin? Falsche Richtung. Da dann. Wo ist Bummer? 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 Wollen wir nicht? Wollen wir ihn jagen? Wollen wir ihn jagen? Nein, wollen wir ihn nicht? Okay, da vorne ist was? Erst mal Lager-Check. Das sind ja einfach nur ein paar Hippies. Aber es ist echt kein Mauerblümchen. Ich bin ein Mauerblümchen. Daher haben wir jetzt mal Mal hin, gucken wir uns das mal an. Oh, hab ich überhaupt noch genug Munition? Jetzt heißt es Party-Menü, um Freunde zu deinen Kampagnen oder zu Fuck-Royal-Card einzuladen. Oh, 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 fuck, fuck, fuck! Fuck! Puma! Achtung. I'll fly around. I love fire. Oke! 行, komm, Majo! ivat Das war's. Das war's. Jetzt kommt er auf mich zu. Oh, ich bin. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey, ich bin. Danke. Oh, mein Gott.